Guten Tag! Hallo! Hallo! Ich heiße Leibnett und wir kommen aus Kenia. Wir haben ein Storchprogramm zwischen Lullu High School und der GSM-Kramschule. Wie wünsche ich mir die Welt 2050? Vielleicht können Sie kurz sagen, einen Satz, was Sie sich dafür wünschen. 2050, eine Welt ohne Hunger, ohne Seuchen und das Klimaziel 2 Grad Erwärmung. Das können wir schaffen, wenn wir uns alle dran machen. 2050, wenn ich noch lebe. Für mich persönlich wünsche ich mir, dass es mir noch gut geht. Zu der Zeit, wenn ich da noch lebe. Ich wünsche mir eine friedvollere Welt. Wenn man das mal von sich selber wegnehmen will. Was ist deine erste Frage von Deutschland? Wow! Und deine zweite? Deutschland ist ein großartes Ort. Ein Ort, in denen Menschen will leben. Es ist peaceful. Die Menschen sind kind. Und ich liebe es. Also willst du hier leben? Ein Tag, ja. Ich will hier leben. Ja. Ja. Das tut. Ich habe es ein paar Wally schreitalesen. Ja,ольшimisch. Bardzo Laura immer der Grseitige. Ich glaube, wir sind aufочкаht von 서울. Und jeder haben die Stadt gebaut haben zualies. онeren Schriften. Ich sehe Sie auch mit changer draußen. Wie blatt池んです Fed Herr. Wir sind auf Kook bás. Ist das fertig. Es ist dies so Leut失 zum Problem. tablespoon XXL劣. Hey Zulu, attention! If you come with me, Zulu, you will see. If you come with me, Zulu, you will see. If you come with me, Zulu, you will see. Hey Zulu, attention! If you come with me, Zulu, you will see. If you come with me, Zulu, you will see. Hey Zulu, attention! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020